Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem Pilzporträt, auf das ich mich schon die ganze Woche gefreut habe. Es geht nämlich um die Zipfellorchel. Unser bisher schönster Erstfund im Pilzjahr 2024 und der ist sogar zufällig gelungen auf einem kleinen Auwaldspaziergang mit der Familie. Warum ich mich so über den Fund freue, wie es mit Speisewert, Verwendbarkeit, dem typischen Habitat, den Verwechslungspartnern und einer genauen Beschreibung aussieht, das erfahrt ihr in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Die Zipfellorchel ist ein Folgezersetzer, den man vor allem im Auwald auf dem Totholz von Pappel finden kann. Besonders gerne bewohnt die Art dabei morsche Stümpfe oder modernde Stämme, die gerne auch teilweise mit Sand bedeckt sein dürfen. Ebenfalls vorkommen können soll die Zipfellorchel laut der Literatur aber wohl auch bei Nadelholz, auf Rindenmulch, an Holzlagerplätzen oder auf sonstigen Holzabfällen. Neben Auwäldern erscheint die Zipfellorchel deshalb manchmal wohl auch auf parkähnlichen Flächen oder sogar in Gärten bzw. Kiefernbeständen. Die Zipfellorchel ist ein typischer Frühlingspilz und kann bei uns in Oberbayern im April und Mai gefunden werden. Hauptsaison dürfte die Art vor allem vom 15. April bis 15. Mai haben. Funde im März und Juni sind in Ausnahmejahren wahrscheinlich ebenfalls möglich, aber sicherlich deutlich unwahrscheinlicher. Auch die meisten anderen kartierten Funde stammen aus dem Zeitraum Mitte April bis Mitte Mai. Warum habe ich mich jetzt denn so über diesen Fund gefreut? Was ist denn das Besondere an der Art? Die Zipfellorchel wird als extrem selten beschrieben und befindet sich deshalb auf der roten Liste bedrohter Arten Status RLR extrem selten. Unser Fund der Art war tatsächlich erst der dritte kartierte Fund der Art auf pilz-deutschland.de in ganz Bayern und der erste kartierte Fund der Art im Südosten bzw. Oberbayern. Die beiden anderen auf pilz-deutschland.de kartierten Funde der Art aus Bayern stammen aus dem äußersten Norden Bayerns Mai 1980 und dem Nordosten Bayerns April 2016. Deutlich häufiger scheint die Art mit rund 20 Kartierungen im und um das Mittelgebirge gefunden zu werden. Wie sieht es denn mit Speisewert und Verwendbarkeit der Zipfellorchel aus? Kann man die Zipfellorchel für Speisezwecke sammeln? Die Zipfellorchel ist tatsächlich stark Chirometrin-haltig und damit als potenziell tödlich giftig einzustufen. Trotzdem wird die Art in manchen Ländern genauso wie die Riesen- und die Frühjahrslorchel für Speisezwecke gesammelt und nach korrekter, sorgfältigster Zubereitung ohne Probleme verzehrt. Chirometrin ist unter anderem hitzeinstabil und verflüchtigt sich nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Trocknen. Durch die Größe der Fruchtkörper und durch den laut der Literatur vorhandenen angenehmen Geschmack ist die Art theoretisch verzehrbar zu machen und dann womöglich ein guter Speisepilz. Klingt ja jetzt erstmal nicht so, als gäbe es da ein großes Risiko. Der Teufel steckt aber im Detail. Bei einer minimal falschen Zubereitung der verschiedenen Frühjahrslorcheln, wie zum Beispiel nicht vollständiges Trocknen oder auch nicht ausreichendes Erhitzen, drohen schwerste Vergiftungen. Vor allem bei der deutlich häufigeren Frühjahrslorchel sind zahlreiche tödliche Vergiftungen in diesem Zusammenhang bekannt. In diesem Zusammenhang auch gefährlich sind Chirometrin-Rückstände, die nicht sofort zu einer Vergiftung führen, aber gerade bei regelmäßigem Verzehr der Frühjahrslorcheln zu Langzeitfolgen führen können. Kurz und bündig zusammengefasst, die Zipfellorchel kann man im deutschsprachigen Raum auf gar keinen Fall als Speisepilz beschreiben. Die Art ist wie beschrieben potenziell tödlich giftig, selbst bei korrekter Zubereitung drohen wegen der Chirometrien Rückstände bei regelmäßigen Verzehr Folgeschäden, ja und der kleinste Fehler bei der Zubereitung kann eben zu einer schweren Vergiftung mit Todesfolge führen. Hinzu kommen die extreme Seltenheit der Art und das Erscheinen zur Zeit der Morcheln, die man ohne diese Bedenken, ohne Probleme für Speisezwecke sammeln, beziehungsweise teilweise sogar gezüchtet kaufen kann. Wie sieht es denn mit einer detaillierten Beschreibung der Art aus? Die Zipfellorchel erreicht ausgewachsen einen Hutdurchmesser von deutlich über 10 cm. Die Hudoberseite besitzt eine typische namensgebende Zipfelmützenartige Form und eine aderig wirkende Oberfläche. Oft sieht es dabei so aus, als würde das Kopfteil der Zipfellorchel aus zwei Teilen bestehen, wobei gerne in der Nähe der Hutmitte eine Art Verbindungsnaht entsteht, die meist deutlich heller gefärbt ist als der Rest des Kopfteils. Während das Kopfteil der Zipfellorchel außen meist kräftig rötlich bis rotbräunlich gefärbt ist, fällt das Innere des Kopfteils deutlich heller aus, weißlich bis weiß mit rotbräunlichem Farbstich. Die Zipfellorchel besitzt keine Lamellen, Poren oder Röhren. Das Kopfteil sitzt auf einem wuchtigen, dicken und immer vollen Stiel. Der Stiel ist weißlich gefärbt und sehr stabil. Das Sporenpulver ist cremeweißlich gefärbt. Kommen wir zum Fleisch der Zipfellorchel und da muss ich gestehen, muss ich mich auf die Literatur stützen. Warum? Bei unserem Fund der Zipfellorchel gab es exakt zwei Fruchtkörper, ein Zipfellorchelbaby und einen ausgewachsenen Fruchtkörper. Ja und bei einer so seltenen Art habe ich dann doch auf das Ernten des Fruchtkörpers für ein Schnittbild verzichtet. Das Fleisch der Zipfellorchel ist bei ausgewachsenen Fruchtkörpern sehr ergiebig. Der Stiel ist oft der ergiebigste Teil des Fruchtkörpers und das Fleisch weißlich gefärbt. Die Art besitzt einen aromatisch pilzigen bis leicht spermatischen Geruch und soll eine milde Geschmacksprobe besitzen. Geschmacksproben roher Fruchtkörper sind aufgrund des Girometriengehalts unbedingt zu vermeiden und auch nicht bestimmungsrelevant. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Verwechselt werden kann die Zipfellorchel vor allem mit anderen Lorchelarten, aber auch Verwechslungen mit Morcheln und Werpeln kommen sicherlich vor. Die Frühjahrslorchel oder auch Giftlorchel genannt, dürfte der bekannteste Vertreter aus dem Bereich der Frühjahrslorchel sein und ist vielerorts ein absoluter Massenpilz, der gerne bei Kiefern auf sandigem Boden erscheint. Die Frühjahrslorchel erscheint also nicht nur in einem anderen Habitat, sondern ist auch in der Regel etwas kleiner und oft eine Spur dunkler, mehr schwarz-rot-bräunlich gefärbt. Deutlich ähnlicher und schwieriger zu unterscheiden ist die Riesenlorchel. Sie fällt nämlich deutlich, deutlich ähnlicher aus. Die Riesenlorchel erscheint nämlich gern im gleichen Habitat und zur gleichen Zeit wie die Zipfellorchel. Besitzt zudem ähnliche Farben, Formen und Größen. Die Hutform fällt allerdings normalerweise viel weniger geschwungen aus und ist oft mehr bräunlich gefärbt. Die Bischofsmütze dürfte von Form und Farbe her ebenfalls relativ ähnlich ausfallen. Allerdings erscheint die Bischofsmütze vor allem im Herbst und auf Nadelholz. Also zu einer komplett anderen Jahreszeit in einem komplett anderen Habitat. Wie sieht es denn mit den Morcheln und Werbeln aus? Grundregeln bei Morcheln, egal ob Speise, Spitz oder Käppchenmorchel. Morcheln sind hohl und besitzen eine löchrige, wabenartige Struktur am Kopfteil. Alleine diese beiden Merkmale reichen normalerweise vollkommen aus, um Morcheln sicher von den verschiedenen Frühjahrslorcheln zu trennen. Die verschiedenen Werbeln, wie zum Beispiel die böhmische Werbel, die glatte Fingerhutwerbel oder auch die runzelige Fingerhutwerbel, besitzen in der Regel einen langen, dünnen Stiel mit kleinem Kopfteil und einen kammerartig, wattig hohlen Stiel und sind damit ebenfalls normalerweise leicht von der Zipfellorchel bzw. von den verschiedenen Frühjahrslorcheln zu unterscheiden. Soviel also zur Zipfellorchel. Mein bisher wirklich schönster und seltenster Fund 2024. Ja und wenn das Pilzjahr im April schon mit solchen Funden aufwartet, ja dann bin ich schon ganz ganz gespannt, was das restliche Jahr bringt. Vielleicht sind ja noch ein paar so Hammerfunde mit dabei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe mal, dass ihr die ein oder andere neue Information in diesem Pilzporträt habt mitnehmen können. Zum Abschluss natürlich wieder meine Fragen in die Runde. Habt ihr denn von der Zipfellorchel schon mal was gehört vor diesem Porträt? Habt ihr vielleicht die Zipfellorchel selbst schon mal gefunden? Dürften ja nicht allzu viele Sammler sein, die dieser Art in den letzten Jahren, vor allem bei uns in Bayern, über den Weg gelaufen sind. Ich bin ganz gespannt auf eure Erfahrungen zur vorgestellten Art. Wünsche euch eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann!